Hier ist das Gebiet, das fast bis nach Regensburg rüberreicht und hier wird der Hopfenangebau und die Holledau oder Hollertau, wie es auch genannt wird, ja, ist ja das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Ja, damit sie jeden Tag ihr Bierchen trinken können. Es war mit genau 2714 feuervergoldeten Kupferschindeln und im Jahr 1500 hat er das Ganze bauen lassen. Er wollte in seiner Residenz eine Loge, Finanzminister von Maximilian. Dieser Habsburger war es dann auch, der 1420 Innsbruck anstelle von Meran zur Tiroler Hauptstadt machte. Die andere, Delicien, besichtigen am Hafenabgewandten Ende der Rampla befindet sich der Trinkbrunnen. Das Schöpf! Das Schiff, das ist ein kleines, ein kürzer. Zum vierten Mal. Da unten stand ein Super-Riesen-Schiff. Das Schiff, das Schiff, das Schiff, ein Schiff. Ein Schiff, ein Schiff. Noch. Das ist nur da.